Jetzt mit Assassin's Creed und ich ändere mal gerade meinen Plan. Wir schlagen heute zurück mit der Geheimnisse der Pyramiden, weil das etwas längere Missionen wird oder ein etwas längerer Weg wird. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier ist der Fremde. Da ist auch eine Widder. Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Dings getötet. Haben wir ja Ptolemaeus' Faust getötet. Ptolemaeus' Faust getötet. So, ich habe gerade eine Dingsreise gemacht nach GC. Und wir machen weiter. Das ist mir gerade scheißegal. Ich werde nicht sterben. So, Pferdchen geht baden. Ich muss da wie rüber jetzt. Horsi. So, dafür klaue ich dir mal gut ein Boot. Ja, warum mache ich das Ganze, weil ich hoffe, dass auf eine dreigeteilige Mission, weil es noch drei Folgen sind, die ich vorbereiten habe, also zehn wollte ich ins Gesamt vorbereiten, sieben habe ich jetzt, also das ist jetzt die acht, die ich in Folge mache, weil ich jetzt bei dem Urlaub fahre und, oder beziehungsweise dann im Urlaub bin, wenn die Folge rauskommt, und ich deswegen ein bisschen Material brauche, ein bisschen, dass wieder Assassin's Creed kommt. Und ich hoffe, dass ich dann morgen mit dem einen Tempo, mit der Hawker's Legacy habe, dass ich das im Schneiden auf die Reihe kriege. So, neue Regionendeck Nummer Saqqara. Und jetzt die nächste Quest ist der 23er Quest, wir sind ja mit 24. Und zum Beispiel wir 25 oder so sind, können wir theoretisch auch den nächsten Philakis klagen. Wir haben jetzt zwei von zehn weg, wir sind in Memphis angekommen. So, es sind weitere Quests aufgeploppt. Und da müssen wir noch ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja die Fremden um uns herum. Das ist die Lämmer der Bäckerin, ich denke zum Himmel, ist das eine weitere Nebenquest? Tisch mit Informationen, neue Quest verfügbar. Ne, wisst ihr was, wir machen keine Hauptquest, wir machen eine Nebenquest. Und zwar diese hier, weil ich jetzt eigentlich gerne ein bisschen weg wurde von dem Typen jetzt. So, machen wir mal Quests. Wir machen, nehmen Quests. Das ist die Verschwindigkeit noch von hier, weil der 28 muss ich mich nehmen und mal hier anlegen. Das würde auch wahrscheinlich mit der Taktik nicht klappen. Memphis, eine schöne Stadt, aber sie riecht wie ein Schlachtfeld oder ein Grab. Da wir jetzt eine neue Stadt freigeschaltet haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, wieder neue Quests zu machen. Und die nutze ich jetzt auch mal. Dann können wir hoffentlich bald, sobald ich jetzt wieder fertig bin mit meinem Urlaub, mit dem nächsten Urlaub. Das heißt, Urlaub zu viel ist es nicht. Ich fahre zu meinen Eltern wieder zurück und mache ein Zeltlager. Aber das war es auch. Bei großem Urlaub kommt nämlich erst in sechs Wochen. Dann geht es für ein paar Tage in die Schweiz. Mal wieder Freunde besuchen. Und auch da werde ich mal wieder ein bisschen was vorbereiten müssen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier einen halbwegs geraden Weg finde, runter zu dieser Mission. Wie weit bin ich jetzt von dem weg? Noch möchte ich mich nicht mit Level 28 anlegen. Das machen wir dann, wenn wir Richtung 30 sind. Komm her jetzt hier. Nein. Ja, ja, bin doch schon direkt zu dir. Moin. Wieso nicht verspülbar? Jetzt hast du. Hier drüben. Jetzt. Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tut Moses der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote. Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja. Dir macht ein Krokodil bis so viel aus wie anderen. Ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Medjay? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich puste auf dich im Palast. Medjay der Mächtige. Medjay der Majestätische. Medjay der... Vergiss es. Am Nordrhein der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Krokodile reimt sich auf Besenstiel. So, töte alle Krokodile vor dem Palast. Blut im Wasser. Machen wir das doch mal. Nee? Rettig können wir sogar bald schon wieder den nächsten Verlarkes jagen. Der Krokodilgott selbst wurde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Und das sind viel reizbarer als sonst. Und das wird wiederum. Ja! jetzt haben wir noch mehr angeblich hier noch zwei na bitte so viele tote krokodile sollten genug tut moses sein tut viele krokodile nein er färbt auf mich ab so dann gehen wir mal wieder rüber ziehen wir lassen gerade mal alles passieren keine lust wir müssen trotzdem mal ein bisschen aufpassen ich hätte natürlich jetzt alle töten können ach er wartet unterhalb der höhe ok was ich hier vor mir sehe ja hallo ich kann gerade rechtzeitig um zwei leute leichen auf boote laden und wegreiten zu sehen ich setze diesen treiben ein ende natürlich wirst du und als dein treuer gefährte schicke ich dich in die richtung dieser unruhe stifter einer ging auf dem palast zu und der andere machte sich zum mumifizierungstempel auf hier ist mein halber lohn wie versprochen ich treffe dich bei meinem boot finde und eliminiere die beiden kriminellen also auch die auch 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 wo komme ich jetzt wieder raus da so einer ist auf dem fluss nahe des berit da vielleicht gar nicht mal so clever hier durch zu marschieren oh und 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 so ist es gerne ein paar kugodile so ist es gerne ein paar kugodile Ich würde jetzt Feuer legen jetzt. So, das wird die letzte Tat gewesen sein. Wir tun uns das andere, tun uns die anderen Kollegen. So, da vorne ist er irgendwo. So, da vorne ist er. So, da vorne ist er. So, das wird der letzte Tat. So, da vorne ist er. 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 So. So, da vorne ist er. 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 So, da vorne ist er.